Hallo, das sah von hinten schon sehr gut aus, aber von hier vorne sieht es noch viel, viel besser aus. Bevor wir weitermachen, können wir nochmal einen riesen Applaus haben für die drei großartigen Jungs vom Adriano-Obertholver-Trio. Sehr gut, dann haben wir die Zuhörer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020